Leute, willkommen zurück. Wir spielen West Hunt. Mit dabei ist Roman, es ist wieder die Zeit der Zeiten gekommen. Meine Damen und Herren, für die letzte Folge West Hunt, wer die nicht gesehen hat, muss sie sich unbedingt nochmal anschauen. Das war extrem, extrem cool, denn wir haben jetzt hier nämlich ganz, ganz viele neue Sachen und Updates hier herausgefunden und so weiter und so fort. Roman, du musst dran denken, du hast nur einen Schuss, um den Banditen in diesem Fall mich hier zu finden. Ja, wir spielen nur mit einem Schuss und Leute, ich habe heute für euch ganz, ganz viele coole neue Sachen vorbereitet. Unter anderem gibt es neue Skins, neue Emotes und viele weitere Sachen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Die werde ich euch auch nochmal zeigen im Laufe der Folge. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und lasst auch einfach ein Like da. Jetzt sofort einfach ein Like da. Einfach mal liken, einfach mal machen und tun und einfach das Leben lieben. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach das Leben genießen. Nicht so wie dieser dumme Sheriff da vorne, der hier einfach nur am Rummelatschen ist, wie so ein richtiger Eumel. Äh, äh, äh. Für die Leute, die West Hunt nicht kennen, Leute, guckt euch einfach die letzten Folgen an, dann werdet ihr das verstehen. So, ich habe übrigens als Rolle ausgesucht, lieber Roman. Ich habe eine Rolle, weil ich nämlich der Bandit da bin. Nee, aber ich habe gesehen, es wird bald nämlich eine neue Rolle geben. Habe ich jetzt gesehen, weil es gibt nämlich hier immer regelmäßige neue Updates, Leute. Und ich werde nicht so viel spoilern, ihr werdet das auf jeden Fall in der nächsten Zeit sehen. Abonniert doch einfach den Kanal. Abonniert den Kanal. Du hast ja noch gar nichts gemacht. Ich habe noch nicht mal eine Nachricht bekommen. Was? Echt? Ja, ich habe null Nachrichten. Ich bin die ganze Zeit, ich habe eben nur so Sidequests gemacht. Ah ja, bei Sidequests kriege ich, glaube ich, nichts, Mann. Was? Echt? Ist ja voll dumm. Sidequests sind ja eigentlich nur dafür da, um dein Hint-Level runterzumachen, weißt du, wie ich meine? So, der Outlaw was planting a bomb. Aha. Aber wo ist die Frage, mein Lieber? Also am Bahnhof natürlich. Du hast da hinten rechts am Bahnhof, hast du das gemacht. Denkst du? Das weiß ich ja. Das wird mir ja angezeigt. Aber woher willst du es wissen, dass ich es wirklich war? Vielleicht war es ja auch jemand anderes. Vielleicht war es ein anderer Mitspieler. Vielleicht spielen wir ja mit mehreren Leuten. Das wäre so krass, wenn jetzt auf einmal noch ein anderer Spieler mit dem Ball wäre. So, hi, ja, das war ich übrigens. Okay, Roman ist da draußen am Rumeiern. Er wird mich jetzt erstmal nicht entdecken. Ich mache einfach den Kram, den ich hier sowieso immer mache. Ich werde dich nicht entdecken und mit den Schnecken decken. Mit den Schnecken chillen. Okay. Also du lebst auf jeden Fall so dein Leben, so wie es aussieht. Ich bin, ich schaue mir nur deine, deine Taten an, die du vollbringst. Aha. Und bin mir relativ sicher, dass ich dir auf die Spur komme. Wahrscheinlich bist du vielleicht sogar gerade in der Kirche. Oder vielleicht bin ich auch einfach gerade mich einfach nur am Verstecken, du alter Fisch. Oder vielleicht hast du gerade Tampering of the Post World. Doch, vielleicht warst du sogar gerade in der Kirche. Wo war ich? Komm, erzähl es den Leuten. Du wirst mich nicht kriegen, denn diese Stadt hier ist nicht groß genug für uns beide. Frag mich halt, warum du keine Jobs erledigst. Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Der Outlaw was Tampering with the Post Board. Und zwar direkt hier. Aha. Nee, 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 das war ich nicht. Du warst ganz in der Nähe bei mir, Mann. Wer weiß, vielleicht bin ich ja auch voll weit weg. Du hast da direkt einiges Wort was gemacht. Vielleicht bin ich auch einfach übelst weit weg. Klaut da etwa jemand gerade Medizin? Hä? Warum redest du nicht mehr? Ich weiß nicht. Bitte schieß mich nicht ab, Mann. Bitte schieß mich nicht ab. Oh, mein Fuß tut so weh. Bitte schießen Sie mich nicht ab. Es ist schon vier Minuten vorbei. Deine Zeit läuft aus, Kollege. Meine Zeit ist bald over. Bald over. Könnte schon dieser Trick sein. Ja, du wirst sehen, du wirst sehen. Ich werde in meiner Runde, wenn ich gleich Dings werde, wenn ich gleich Polizist bin, wirst du mich richtig Dings, äh Sheriff meine ich, wirst du mich gleich anbeten und anflähen und sagen, biete, biete, lassen Sie mich hier in Ruhe. Ich wünschte, ich hätte jetzt 10.000 Schuss, Mann. 10.000? Ist das ehrlich? Oh, was? Da sind vorne zwei Nachrichten. Oh, Mist. Oh, oh. What you want? Hast du etwa Medizin geklaut? Es ist 4.36, 4.38. Die Zeit läuft. Wo bist du, Noah? Die Zeit ist am Laufen. Unfinished Quest. Du warst, du warst an der Kirche und hast hinten gebetet. Du hast Angst bekommen, weil ich gemerkt hätte, dass du an der, an der Kirche gewesen wärst. Ja, aber wer soll ich denn sein? Wer soll ich denn sein? Ich glaube schon. Du hast nur noch zwei Missionen übrig. Du warst wahrscheinlich gerade beten. Barman? Nee. Du hast, du hast Medizin dorthin geklaut. Okay, okay, okay. Das heißt, du hast irgendwas am Barman hast du gemacht? Wo ist denn der Barman nochmal gewesen? Ich bin... Du bist hier einer von denen. Von wen? Bribing the Barman. Du warst irgendwo in dieser Bar gerade. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich bin eigentlich gerade... Eigentlich gerade bin ich so ein bisschen unterwegs hier hinten. Aber ich finde das gut. Oh mein Gott, ich habe gar keine Zeit mehr. Ich weiß nicht mal, ob ich das noch schaffe. Bribing the Barman? Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Doch, Mann. Ich weiß, wer du bist, Mann. Du bist der Typ mit dem roten. Was? Der Hut, Mann. Du bist der da. Was? Nicht schießen, nicht schießen. Ich kann nicht schießen, Mann. Wieso kannst du nicht schießen? Das bist du. Wieso kannst du nicht schießen? Schieß doch. Komm, schieß doch. Schieß, komm, schieß. Der ist zu NPC. Also, ich kann dich auf jeden Fall sehen, wo du unterwegs bist. Bribing with the Barman steht nur noch aus. Ich kann halt auch nicht mehr rennen. Hallo? Das da bist du. Du bist der Opa. Nein, warte, bin ich nicht? Doch. Nein, bin ich nicht? Schieß nicht. Ich schieße nicht, Roman. Vertrau mir. Du bist es. Nein. Ich war es nicht, habe ich doch gesagt. Den mit den roten Hosen habe ich nicht einmal gesehen. Doch, ich bin an dir vorbeigelaufen. Einmal aber nur, oder? Nein, zwei, dreimal sogar. Roman hat verloren. Passiert. Okay. Let's go, Leute. Pass auf. Ich habe hier direkt schon mal eine Mission, die ich erledigen kann. Pass mal auf, Roman, wie ich dich jetzt auseinanderpflücke. Du wirst es sehen. Aber weißt du was? Ich werde es in der nächsten Runde machen, dass du... Du darfst dir dann aussuchen, was du dir wünschst, okay? Du darfst dir aussuchen, was du dir wünschst, zum Beispiel, dass du sagst, ja, du möchtest dich gerne einfach unendlich lange umziehen können, okay? Dann gebe ich dir einfach die Möglichkeit, dass du dich ganz oft umziehen kannst. Aber dafür bekomme ich dann mehr Schuss, okay? Dann lass mal gleich eine Vereinbarung finden, okay? Was? Ich will mehr Schuss jetzt haben und du sollst dich mehr umziehen. Kann ich jetzt nicht mehr umstellen. Da hinten. Aber das ist meine Folge. Was für... Oh mein Gott. Du bist die Frau mit dem Blanen. Nein, stopp! Du bist... Du hast nur einen Schuss. Vergiss es nicht. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass du es bist, Blan. Echt? Lauf mal um die Ecke. Komm. Warum läufst du denn jetzt nur gerade aus? Was meinst du? Du kannst auch um die Ecke laufen. Ich bin um die Ecke gelaufen. Ich weiß ganz genau, dass du es bist. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Du bist so dumm. Lass... Hör auf, nicht schießen. Du hast nicht viel Zeit. Du hast nicht... Du hast nicht viel Schuss, meine ich. Okay. Mach, komm, schieß... Schieß einfach. Ich weiß, dass du... Du bist gierig. Du willst nämlich den Sieg. Ich bin sicher, dass du es warst, Mann. Hast du Umziehen dabei? Oder hast du Rennen dabei? Ich habe Rennen. Weil Rennen... Runner ist für mich irgendwie am... Am simpelsten. Outlaw was doing something with the engine. Okay, jetzt kann ich sogar mehrere Sachen auf einmal machen. Ich habe schon... Ja, ich habe schon einiges geschafft. Und du wirst immer noch einmal rumdümpeln, weil du denkst, dass ich die Frau in blau bin. Lady in blue. Soll ich einfach mal schießen? Wenn ich mich jetzt... Wenn ich mich jetzt umziehen könnte... Nee. Nee, schieß mal nicht lieber. Ich bin mir ganz sicher, dass du es bist, Mann. Echt? Wie sicher? Von 1 bis 10? Warum tanzt du jetzt gerade mit den Mexikanern da hinten? Ich habe gar keine Mission zum Tanzen. Das weißt du. Siehst du doch. Griefing the partner's death. Oh Mist, Mann. Du bist doch nicht die Frau in blau. Sag ich ja. Du bist sie doch nicht. Du hast noch zwei Missionen übrig, Mann. Ich gebe dir einen Tipp. Willst du einen Tipp? Ammunition. Alter, du hast so viele Quests gemacht. Willst du einen Tipp haben? Nach Worte da hinten. Medizin. Ja. Also in Mexiko bin ich echt krass. Das ist mein Tipp. Nee, in Mexiko City bin ich wirklich heftig. 2 Minuten 13. Da warst du am Resten. Soll ich dir einen Tipp geben? Partner's death. Jetzt vor 2.31 warst du irgendwo hier. Du bist irgendwo hier in der Nähe. Irgendein Typ mit einem mexikanischen Hut wahrscheinlich. Nee. So ein Sombrero. Ich bin nicht ganz zufällig der Typ mit dem roten Halstuch. Ach, Mann. Der bist du. Du bist der, genau der. Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Du bist der da. Nein, ich bin auch nicht der. Ich bin auch nicht die Frau in blau. Ich bin die... Nein. Ich dachte, du bist die Frau in blau. Wer warst du? Oh mein Gott. Alter, ich war die in grün. Doch, ich stand direkt vor der. Du hast... Hä, was hat es dann mit ich bin in Mexiko zu tun? Das hat ja gar nichts zu tun. Weil die Stadt ist Mexiko City. Keine Ahnung. War nur Quatsch. Also ich hab nur Müll gelabert. Aber trotzdem, du hast genau die hinter mir erschossen. Oh mein Gott. Du hast genau die hinter mir erschossen. Okay. Alter, crazy. Ich bin dran. Let's go. Jetzt gibt's eine neue Überraschung, Leute. Oh yeah. Der neue Sheriff ist in der Stadt. Der neue Sheriff? Ja, Mann. Du musst mich mal unbedingt zählen, Mann. Ich bin Dings. Mir ist ein bisschen warm hier auch. Oh mein Gott. Nein. Einfach Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann mit der Knarre, Junge. Der Weihnachtsmann ist zurück, Leute. Passend zu Weihnachten natürlich. Spiel wir eine Runde Western mit einem Weihnachtsmann. So, ich halte mal die Augen auf beim Autokauf. Alter, meine Quest wird einfach immer wieder abgebrochen. By the way, ich hab einen... Du musst gedrückt halten. Ich hab by the way einen einzigen... Hey, das geht nicht. Ich weiß, wer du bist. Ich kann keine Quest mehr ausführen. Ich kann wirklich keine Quest mehr ausführen. Ich schwör's dir, Mann. Das funktioniert bei mir nicht. Bei mir bricht es immer bei neun ab. Ach ja, okay. Und wer bist du? Ich bin grad wirklich beim Pferd, Mann. Und versuch das grad zu füttern. Ich schwör's dir, das geht einfach nicht, Mann. Aha. Und warum bist du so lange am Wasser... Am Wasser-Dingsen? Aha, aha. Was für ein... Ah, Mist, du bist es wirklich nicht. Ich bin... Ich behalte dich im Auge, Mann. Du roter... Ja, ich kriegst mich niemals. Alter, so dumm. So dumm, Alter. Warum machst du das denn? Ich wollte dich im Auge behalten. Du kriegst mich niemals. Der Weihnachtsmann ist zurück. Und er hat ein paar Kugeln in seinem Lauf. Leute, es sieht so aus. Ihr seht, Roman hat extrem viele Quests. Ich habe drei Kugeln in dieser Runde. Und ich muss herausfinden, wer Roman ist. Er hat sich ein bisschen mehr Zusätze sozusagen gegeben. Also ein bisschen mehr Skills. Er kann, glaube ich... Was hast du dir geholt? Shape Shifter, ne? Ein bisschen mehr Rennen kann ich. Roman kann ein bisschen mehr Rennen und sowas. Er hat mehr Quests, aber die gehen auch schneller vorbei. So. Deswegen bleiben wir jetzt am Start. Ich halte mal einfach die Augen auf und gucke. Aber es sind schon viele Quests, die ich da machen muss, Mann. 14 Stück. Siehst du die Missionsliste eigentlich da rechts? Du hast getanzt. Ja, ja, ja. Du hast einfach alles auch doppelt, weißt du? Mit Häftlingen, mit Mädchen. Ich muss einfach zweimal eine Bombe platzieren. Zweimal auch die Bank einfach... Hä, wie hast du das denn gemacht? Hier sind einfach zweimal die Quests bei mir. Ja, Mann. Ich muss zweimal die Quests machen. Das ist so. Weil ich so viel Quests habe... Geld von der Bank gestohlen. Ich muss die einfach mehrfach machen. Aber das ist für dich auch verwirrender, weil du nämlich nicht weißt, wo ich überall die Quests gemacht habe. Aber ich habe ja drei Schuss. Ich habe ja drei Schuss. Stimmt, du hast drei Schuss diesmal. Aber das wird schon hart, Mann. Ja. So, da muss ich mich jetzt auf jeden Fall ranhalten. Aber dafür kann ich die Quests schneller erledigen, so. Ja, ja, ja. Es gibt mir mehr Zeit, die Sachen zu erledigen. Oh, da muss ich mich jetzt aber richtig ranhalten, Mann. Ich habe auch nur vier Minuten Zeit, Mann. Okay, das wirst du nicht. Und mein Notorious-Level steigt die ganze Zeit. Also, du bekommst eigentlich schon Nachrichten so? Ja, sogar mega viele. Ja, die sollen dich verwirren, Mann. So einfach so gut wie möglich verwirren, damit du dir nicht ganz sicher bist, wer ich bin. Ja, du weißt aber, wenn ich ein Gefühl habe, werde ich dich schon kriegen. Was meinst du für ein Gefühl, Mann? Meinst du, dass ich einfach ein kleiner Gauner bin, oder was hier? Ich bin doch kein Gauner. Okay, okay. Ich muss nur den Overwatch behalten. Den Overwatch? Über was für einen Overwatch sprechen wir hier? Oh, 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 Lars. Ich bin schon Notorious-Level, ich bin schon die ganze Zeit rot, Mann. Noch roter als ich geht eigentlich kaum. Puh, ich muss hier durch die ganze Stadt laufen, Mann. Oh mein Gott, diese ganzen Aufgaben sind ja viel zu viel. Es sind schon viele Aufgaben, aber ich muss halt... Ich muss nachvollziehen können, wo ich bin, gell? Ja, irgendwie. Alter, ich habe noch nie so viele Quests gemacht. Ach Gott. Alter, ich habe mir auch mehr Rennen gegeben, damit ich schneller rennen kann. Oh mein Gott, du bist die ganze Zeit in der Nähe. Du musst nur auf der Map gucken, wo ich die Quests so ähnlich mache. Ja, ich ungefähr. Oh, Hallöchen. Okay, das warst du nicht. Was bist du nur für ein Monster, einfach so Leute auf offener Straße abschießen, Mann. Ich bin der Weihnachtsmann. Du bist der Weihnachtsmann? Weihnachtsmann. Jetzt musste ich ein bisschen Pause machen hier, Mann. Weil der Weihnachtsmann verteilt hier ein paar zu viele Geschenke, oder? Ich habe eine Kugel für dich. Eine Kugel? Zu Weihnachten hast du dir eine Patrone gewünscht, richtig? Ich habe mir schon immer eine Patrone. Ich schwöre es dir, ich habe wieder diesen Bug mit dieser Bombe. Oh, habe ich gerade Bombe gesagt? Ich meinte Bombe. Musst du vielleicht... Aber man muss Doppel-E drücken. Man muss Doppel-E drücken, wenn es nicht klappt. Ich glaube, dann musst du doch irgendwo... Ja, was ist denn mit dem Typen da am Boden passiert? Warum ist der denn tot? Weihnachtsmann? Weihnachtsmann? Was soll das nur? Können sie... Nein! War das richtig? Ja, Mann. Ja! Ich habe mich umgedreht, gell? Ich habe das... Nee, ich habe mich umgedreht. Und ich habe gesehen, wie du gegen den Kaktus gelaufen bist. Und das sah so unwahrscheinlich aus. Und ich habe dann einfach mein Glück probiert. Ja! Ich habe gar nicht gegen den Kaktus gerade gelaufen. What? Doch, bist du. Und das war der Sieg für den Weihnachtsmann, Leute. Schreibt in die Kommentare, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Und wir sehen uns. Ciao.